Hi, willkommen zurück zum neuen Part von Super Mario Maker 2, so dass ihr angestellt habt, ähm, wilder, kurzen Ritt. Oh naaa, das hört es jetzt so anstrengend an. Das klingt perfekt für dich. Oh Gott. Der spuckt aber voll, gell? Ja. Das sieht mir mal nach dem Boss-Level aus. Und auf was zum Henker laufen die Kumpass da eigentlich ist. Halt! Shit. Haha. Shit. Es hat uns Dache getroffen. Einfach mal feuern, schau dich drauf was kommt. Mit Reflex. Bäm. Äh, ne. Scheiße. Wann, ich konnte das den. Ich dachte das krass so. Ist das so dumm. Jetzt, ja, endlich, hallo ja. Lol. Doppelt. Boah, jetzt haben wir Power. Doppelt. Ja, die sind, die bekommt man nie tot. Auch nicht mit der kompletten Ladung. Doppelt. Ah. Öh. Oh Gott. Hier eskaliert das alles. Dann weiß man nie was einen, der jetzt gleich dahinter wartet, ne. Was diskretes, he. Und am besten ist die hier. Ja. Ich bin halt hier rausgesprungen. Hast du nicht auf ZL gedrückt? Nee. Also bin ich nicht beabsichtigt. Waaah. Na gut. Wir wissen eigentlich, dass er es gemacht hat. So wie jetzt. Ich hab grad einfach X gedrückt. Ach so, ja, X. Das bin... Ey, was ist denn das hier? Kinders. Ich muss... Warte mal. Was muss ich drücken? Ah, nee. X, ne. Nicht X. Ah. Y zum Schießen. Ja. Doch. Doch, Y. Ah. Pass auf. Ich kann das. Es war kein Glück. Das ist alles purer Skill. Ah, shit. Solltest du mal als Zirkel verwenden. Tu was. So, jetzt gehen wir aber hier zu den unten. Nicht so wie wenn so ein Fiss hier auf meine Fresse fliegt. Das ist uncool. Das hier gar nicht kommt, ist, finde ich es ein bisschen zu unruhigend. Der Fisch kam doch schon. Oh! Wie rum? Was zum Fick? Äh, wie? Äh, was wollen die hier? Hallo? Ah, ich weiß. Ich weiß auch. Aufladen. Aufladen, dann Turbo. So. Unterstatt mal alles. Eh. Wie mein so. Ich lass dich machen. Ich weiß gar nicht, ob es funktioniert, was ich mir gerade überlege. Aber wenn es funktioniert, dann freue ich mich. Wenn man Dingsbums hat und dann Y gedrückt hält. warte nicht, wenn es nicht mehr so ein bisschen mehr geht. Ich bin ja so. Ich bin ja so. Ah! Ich bin ja so. Ah, ich bin ja so. Komm. So. 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 So holt mich, so holt mich, ey, das tun wir uns ja. Ja, muss jetzt nicht passen. Ne, das müsst ihr umsetzen, das. Scheiße. Mitverflerg. 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 Es geht halt noch viel ätzender hier weiter als ne. Vor allem, wenn es halt komplett verreckt, dann muss man wieder komplett von vorne machen. Warte, warte, du musst gleich die Axt machen. Hallo. Ne, ich muss erst den Hurenzuhl erledigen. Einfach auf ihn draus springen, dann ist er tot. Oder? Ich probier's. Ich kann das von nix mal garantieren. Warte. 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 Auf diese kleinen Dinger musst du aufpassen. Krittis, ja? Krittis. Ach. Ich habe nämlich angestellt, dass es immer so ranzoome, weißt du? Immer wenn wir gerade verrecken, dann wird aus uns hier, werden wir größer. Krasser Effekt, ne? Nein. Meine krasses Nein, ist gell, ist im Nachhinein. Das geht alle. Ja, genius. Jetzt kommen wir ja nicht dran. Du musst mir gleich mal, wenn du irgendwo sich da stehst, die Spezie reißen. Aber erst, wenn du irgendwo sich da stehst und nicht hier gerade halbweit am verrecken bist. Okay. Was ist das hier? Spezie auf. Das beste auf der Welt. Spezie. Spezie ist es geil. Das ist, es weißt es. Spezie ist es geil. Krass Personally proyecto. Da� Po Bayerow muss man denken schnell zu, waslines 올 waren malen. Das macht Spaß. Wird zu knapp. Jetzt. Da. Du hast. Plutzen. 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 Ja immer hast du jetzt noch vier Leben. Dich nur zwei wie ist für dich ein Boss. Aber einfach. Ach kannst du. Hallo. Ah lol. Kann man so auch eliminieren. Nein. Da habe ich nur dran gedacht. Einfach mit den eigenen Waffen. Ja. Alter das ist ja richtig einfach wenn man mal sein Gehirn eins haltet. Sein Hirn. Sein Hirn. Wenn man sein Hirn eins halt ist es erst einfach. Sein Hirn. Sein Hirn. Brüder. Entschuldigung für euch zu Hause. Ach komm. Das ist doch lustig. So. Ihr seht schon. Es geht hier weiter im Hauptgebäude. Ne. Wir machen auch weiter. Ein Part. Sonst wäre das so kurz. Also gib mir wieder zum Toad. Das heißt soll ich das spielen zu sein. Ah. Okay. Ich lass auch mal ein bisschen den Luke spielen. Ja ja. Danke dafür. Ja. So. Das haben wir doch mal. Das ist viel zu gut für uns. Dass er eine Cut verloren hat. Das ist schon wieder. Viel Spaß da draußen. Mach mal wieder ein bisschen. An. Das geht da nicht rein. Er ist. Er ist der letzte von uns. Guck bunt hier rum. Oh lol. Sieht doch witzig aus. Ich weiß nicht. Na wie. Du musst ähm. Ein Gummer wird geschnappt. Und dann wird er zu dir runterfallen. Hoffentlich. Ich bin dann mal gespannt. Ähm. Und dann musst du auf den drausspringen um dann hochzukommen. Halt die Scheiße. Das ist ja wieder hier so ein. Ja. Cuts. Ey. Was ist denn das hier? Du kleiner fetter Gumpass. Bring roter. Sonst bringest du es um. Du kleiner fetter Gumpass. Aber dann. Die gehen doch kaputt dabei. Die gehen doch kaputt dabei. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das war ne bessere Idee. Alter. Du mögst du ihn etwa da drausspringen lassen? Ah. Ich hab ne bessere Idee. Siehst du? Es war nur Luck. Ne. Ich hab's gewusst. Na klar. Von Anfang an. Ich hab gewusst. Die Hase. Ich hab gewusst. Ja. Ach ne. Was deskaliert denn hier? Hm? Ich versteh das nicht. Wieso? Bro das ist eh. Ja ich schwitze rüber. Wenn mir was krasses passiert. Dann. Und wir ne krasse Reaction haben. Dann sind wir größer. Verste. So. Greif zu. Jetzt greif doch mal zu. Du. Aber das ist lol. Von der Idee ist das lol. Das ist leicht aber lol. Kategorie lol. Spät. Spät. Was? Jetzt musst du wieder da drauf. Und du musst dann hier bleiben. Ne. Weil es kreift das an. Ah. Stimmt. Okay. Merkt man es vor jetzt. Nicht so weit. Nicht so weit. Nicht so weit. Gehen. Das heißt greif. Ha. Was? Basten greifer am hier. Wird mal auf soliden der Mitte stehen. Hier. Dort. 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 Hier. Achso. Scheiße. Stimmt. Ja. Ich hab da nicht dran gedacht. Dass diesen Wumms. Knoten. Hier stehe es jetzt. Ja. Hier. Doch nicht dort. Hier. Und. Du musst ihn dort fallen lassen. Ja. Weil er immer einen Block Unterschied hat. Ja. Ich sag es ja. Nein. Du gehst dort hin. Dann sollte er dort fallen lassen. Das geht aber nicht. Hä. Bro. Der muss doch jetzt hier fallen gelassen werden. Hier. Ja. Deswegen musst du einen Block mehr. Ja. Ich weiß. Also hier. Ja. Hier. Ich weiß. Was frag ich doch. Ich weiß. Wolltest du die ganze Zeit machen. Oh. Nur gerade Hirnfabiert. Hier. Ach. Jetzt muss dieser Bummsknudel dann dieses Heiß. Kack. Ja. Jetzt. Hallo. Ist ein bisschen mehr nach links. Nein. Nach links. Links ist das da. Nein. Das da. Für euch ist es das da. Vor allem fängt der ganze Shit wieder von vorne an hier. Ist das nicht geil? Wie. 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 Von vorne kommt. Das muss nicht sein, dass das alles wiederkommt, was von vorne kommt. Hallo! Es eskaliert hier! Das ist ja kritisch hier. Ich denke da doch nicht drüber nach! Ich geh pur! Ich schreie echt nicht drüber. Was? Schreien die Frauen. Du willst dich wissen, wie ich das mal anhöre, wenn du so... Was ist eigentlich so ein Affe, der Erektionsprobleme hat, Alter? Gumpa! Lauf da rein! Was greift denn da auch nicht zu, der Greifer an mir? So! Da kann er mich jetzt verraten! Das macht er doch absichtlich! Nein, du musst echt dort... Gut, ich bleib mal hier stehen! Achso! Atole! Ich falle das sonst! Oh Mann! Ich bin dumm! Wenn du es sagst! Wenn du es sagst! Dann muss es gut stimmen! Das wärs komplizierter bisschen hier! Und Bücher! So! Wumms den da da! Was? Was ist denn das? Was ist denn das? Und setzt denn jetzt da ein Abwurschen hin? Hahaha! Hier passt es! Bleib dort stehen! Danke, Merkel! Schau mal, wie es zwei Blöcke nach rechts geht! Damit er den loslässt! Damit er den loslässt! Und noch nach links! Und jetzt musst du ein bisschen nach rechts damit... Und jetzt nach rechts damit er runter geht! Und dann... Und dann... Jetzt kommt der... Der wieder... Nein! Kein bock! Der ist noch mit... Ich bin dumm! Hahaha! Was war das gerade? Hahaha! Aaaaaaaah! Weißt du, wie sehr das Trigger hat? Weißt du das? Viel! Das stimmt! Ich darf erstmal ein Stück später hier! Nein! Ja! Ja! Sie ist gut gemacht! So! Et voilà! Der nächste Schlüssel ist da! Es reimt sich! Ja, nee, aber das ist ähm... Die brauchen wir gar nicht! Da hast du Rest! Die Roller! Hey! Jetzt kann man der... Ah! Jetzt tut er den noch wieder da! Haha! Ja das Ding mobbt! Are you bullying me? Hahaha! Aber ist das mal danach! Schau mal wie mach die du jetzt! Ja moin Komm mal voran, ne? Langsam mal siehst du, da komm mal voran Das ist wieder dieser kritische Teil hier Das hat ein bisschen Zeit jetzt, ne? Du musstest dazu wegboxen Hilfe Super, perfekt, danke Siehst du, wie knapp du am Ziel warst? Viel zu knapp Hä? Normale Das ist kritisch Naja, aber Ich lass dich wieder die anderen Level spielen So, jetzt Lass sie testen, ich löse die dann Tja, sei es aufs immer so, ne? Uff, das war's mit dem Part, liebe Leute Im nächsten Part geht's weiter Haut's rein Ciao Wow Ciao Ciao Das ist mir noch da? st- Untertitelung des ZDF, 2020